Herzlich Willkommen zurück zu MegaManX Und ich habe jetzt eine Feuerwaffe bekommen das letzte Mal und diesen Spark for Sparkman Drill Wo geht es weiter? Ist der Chameleon? War der gegen Feuer anfällig? Ich glaube nicht, ich mache jetzt mal Armad Amadillo Denn der ist gegen Strom anfällig, das weiß ich noch Ja, das typische Amadillo, was man draußen in der Wildnis findet Vollbepackt mit tollen Sachen Wir dürfen fahren Zwar nicht selbst, aber On Rail Da muss ich selber abspringen Ach, die Fledermäuse hast du seit dem alten Mega Mental Na gerne mal den Energietank auffüllen, wenn ich schon dabei bin Hier gibt es einen Trick Einfach wieder hoch springen Denn hier ist der Energietank Halt, das ging einfacher Renni 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 Fahr mich, fahr mich, fahr mich, fahr mich Mega Man, der Farmer Auf Ich weiß immer noch nicht, wie die mit dem Helm heißen Energie Fertig ist die Mega Man Infanterie Fertig ist die Mega Man Infanterie Und wieder ein bisschen rumfahren Du, 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 du Bang Wir können natürlich jetzt auch abspringen Und Ja, und dem dicken Maverick Typen da In den Wands gefallen Dann ist ich wieder da Lampenleben Das sind nur cool zu Ja, die mögen mich Das sind richtig cool zu mir Brenne, 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 Brenne Brenne, Brenne Ihr werdet euch jetzt fragen, warum ich den kaputt gemacht habe Deswegen, dass ich hier hochkam an das Herzteil Rings Weil wenn der durchfahren würde, würde er es Abschlagen Und ich käme nicht mehr hoch Was natürlich sehr ägerlich Halt Haha, wieder da Große Energie darf man nie liegen lassen Das ist das Mega Man Infanterie Jetzt schießen wir mal das Teubchen ab Zack, 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 zack Ah, da ruckelt schon ein bisschen Das ist das Mega Man Infanterie Jetzt schießen wir mal das Teubchen ab Und hier nicht vergessen abzuspringen Denn es sind Berge Hier nicht vergessen abzuspringen Denn wir sind schon am Ende vom Level Und hier liegt Holz Ah, den kann ich mich noch erinnern Der war ziemlich Krass irgendwie Zwo nicht schwer, aber krass Deswegen, weil der macht hier so Rolldingsdinger Na, wie geht's Fang doch mal Warum bist du nackig Na, warum bist du nackig Warum ist er nackig Ja, geht auch nur mit dem Spark Der sich vor euch auszieht Kaum und den letzten Schuss Gebe ich den mit dem Bastel so richtig ins Gesicht Au Guck einmal Bam Ach, der braucht noch einen Schuss Keine Haja Bisher nicht wirklich schwer, muss ich sagen Aber awesome Du 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 Megaman Fighting Robot Megaman Du bekommst Rollender Schild Bumm Für mich sieht das immer so aus wie so ein rollender Lockenwickel auf der Seite irgendwie Aber Das ist nur meine Meinung Gut Das sind dann vier besiegte und vier sind noch hier Wenn wir zurückkommen geht es hier weiter bei Megaman X für Super Nintendo Bis dahin So long